Ja, also zweiter Tag ist jetzt. Wie ist die Rückmeldung auf den Film? Ganz gut. Also die Premiere war erfreulich. Also es gab, es gibt ja keinen Thermometer, um zu messen, wie heiß ist die Stimmung. Also das würde auch keiner sagen, so mir fällt der Film nicht so direkt, oder? Ja, das kommt schon vor, aber es ist jetzt nicht so leicht zu ermessen, wie hundertprozentig die Resonanz ist. Vor allen Dingen, weil ich ja auch an einem Film interessiert bin, der nicht unbedingt nur im Moment wirkt, sondern unter Umständen auch Wochen und Monate später. Also man kann im Moment nur eine Ahnung haben, aber es ist ganz gut gelaufen, glaube ich. Welche gestalterischen Aspekte sind Ihnen wichtig bei Ihrem Film? Ich glaube, dass es ein Irrtum ist zu glauben, dass man Gestaltung isoliert betrachten kann. Also man gestaltet ja etwas, also ein Thema oder etwas, was einen bewegt, und oft ist es so, dass einen die Gestaltung bewegt. Das heißt, aus der Gestalt, die man ahnt, erwächst ein Inhalt und umgekehrt. Das heißt, es ist von vornherein ein Knäuel, das nicht ganz aufzulösen ist. Aber ich glaube an ein Kino, das aus Blicken besteht. Das heißt, dass daraus besteht, dass man selbst sich einen Blick einverleibt, sozusagen, anverwandelt. Und das ermöglicht uns dann, Gegenstände, die unbelebt sind, zu aufzuladen. Das nennt man landläufig Identifikation. Und mir geht es nicht um eine bündige Identifikation, aber um Identifikationsstücke geht es mir sehr wohl, die dann einen Raum entstehen lassen, zwischen Einheiten sozusagen, in denen du als Zuschauer kreativ werden musst, sozusagen. Was mich mal interessieren wird auch mit diesen Filmen, wie stark lassen diese Filme Improvisation zu Wärmendrägen? Weil, also, die wirken ja doch immer relativ, ja, Alltagsbeobachtend. Also Improvisation ist als Methode eigentlich immer anwesend. Aber man muss sich nicht vorstellen, dass das bedeutet, dass man sagt, jetzt macht mal. Überhaupt nicht. Eine Improvisation macht sowieso nur Sinn, wenn man weiß, was man will, wenn man weiß, was man erzählen will, wenn man genaue Vorgaben macht. Improvisation ist dann vielleicht sogar die einzige Form von Kreativität insofern, als dass man Elemente, die festgelegt sind, variiert, jongliert, in Bewegung bringt. Also Film ohne Improvisation ist undenkbar. So wie ihr jetzt die Kamera an einen Punkt stellt, der intuitiv der richtige ist, und dann überprüft ihr das Ergebnis, das ist auch Improvisation. Also das Improvisation ist eine Technik, ohne die man überhaupt nicht leben kann. So, und jetzt ist die Frage, ist das Ausmaß ungewöhnlich groß oder nicht? In meinem Film ist das Ausmaß wahrscheinlich eher klein. Also es wird relativ viel vorher festgelegt, die Orte, auch die im Wesentlichen, wie die Kamera erzählt. Und natürlich entscheidet sich sehr viel über Besetzung und so weiter. Aber es bleibt auch Raum für Varianz. Und es gibt natürlich auch Dialoge, die entwickelt werden dadurch, dass sie in einer Gruppendynamik entstehen. Und das war auch bei meinem neuen Film nicht anders. Und der Film wurde ja digital gedreht. Wenn ich das richtig weiß, können Sie sagen, was die Vor- und Nachteile sind? Lässt sich da überhaupt einen Unterschied ausmachen? Ja, ja klar. Also ich meine, wir haben auf High Definition gedreht, HDTV, mit einer drei Jahre alten Kamera, Sony. Die Nachteile sind diejenigen Helligkeit. Wenn man einen großen Kontrastumfang bräuchte, hat man Schwierigkeiten nach oben. Das heißt, es gibt ein Clipverhalten, wie sich das nennt, das relativ unangenehm ist. Also wenn Sachen zu hell sind, dann sehen sie sehr hässlich aus. Man muss also insgesamt den Kontrastumfang verringern, indem man nachleuchtet oder eben indem man nicht bei Sonne dreht und so weiter. Bei Tag gibt es sozusagen ein Problem. Das wird so ein bisschen ausgeglichen, finde ich, dass man in der Nacht mehr Weglichkeit hat. Also ich finde, also nicht so sehr in Sachen Empfindlichkeit, aber wie die Kamera auf Dunkelheit reagiert, finde ich sehr angenehm und sehr interessant. Ein Nachteil ist, es ist eine sehr schwere Kamera. Sie macht Geräusche, was ich nicht gedacht habe. Geräusche durch das Gebläse. Ein sehr großer Vorteil ist, die Kassetten sind billig und sind nicht auf 10 Minuten beschränkt und so. So ist es immer ein Abwägen. Also ein Nachteil ist sicherlich, man muss es erst ausbelichten. Das heißt, man ist auf einem anderen Medium und geht zu einem nächsten. In jeder Art von Übersetzungsarbeit geht etwas verloren. Die Transparenz ist nicht die gleiche wie bei Filmen und so weiter. Es stehen eben dann feste Kostenvorteile, Flexibilitätsvorteile und so weiter gegenüber. Also man muss letztlich wissen, was man braucht und dann kann man sich für ein Format entscheiden. Und bestimmte Filme kann man besser digital drehen und andere Sachen müssen weiterhin auf Film sein. Ich meine, es wird sich sicherlich annähern noch weiter in den nächsten Jahren. Und dann wird der Film auch abgelöst werden, das ist gar keine Frage. Aber noch ist es nicht so weit. Ja, Stichwort Kostenersparnis beim Material mit Filmförderung. Ich habe gelesen, dass der Antrag wieder zurückgezogen wurde für falsche Bekenner an Fernseher. Naja, das ist insofern missverständlich, als dass es ja in Deutschland eine Förderpraxis gibt, die Förderung immer mit Fernsehgeldern verknüpft. Du kannst keine Förderung bekommen, wenn du nicht nachweisen kannst, dass du 150 Prozent, also Ländereffekte, 150 Prozent des Geldes, das du bekommst von der Förderung, im Land ausgibst. Woher kommen jetzt die fehlenden 50 Prozent? Die müssen ja von einem freien Investor kommen. Das ist de facto immer das Fernsehen. Das heißt, ohne Fernsehen kann man keine Förderung bekommen. Insofern haben wir nicht zurückgezogen, sondern der Sender hat sich zurückgezogen. Also konnten wir nicht mehr klassisch gefördert werden. Wir haben dann nach Beendigung des Schnitts eine Postproduktionsförderung bekommen. Das geht, aber es ist natürlich nicht das Gleiche.